Wieso hab ich aber vor allem keine Waffe mehr? Ah, die schießen sich auch alle gegenseitig ab, das ist gut. Haines, hat er in der Kreuzfahrt gekriegt? Haines ging den anderen Weg. Er ist wahrscheinlich weg. Wir müssen uns selbst denken. Ah, es ist verletzt. Du musst zu den Städten, am anderen Ende des Komplexes gehen. Wer ist auf unserer Seite, Dave? Es scheint, dass alle, die uns töten wollen. Okay, ich gehe runter. Wir müssen in der Kreuzfahrt befinden. Ja, ich ignorier einfach mal die Frage. Ja, ja. Den hab ich doch erwischt, oder nicht? Egal. Wo ist die fucking Treppe, Alter? Du wirst sterben, Bruder! Du wirst sterben! Wow. Ich hab's echt nicht geschafft. Der guckt mich doch so verschmitzt an. Zack. Oh, der guckt mich! Ich hab's nicht gewonnen! Ich hab's nicht gewonnen! Aber her. Ich hab's nicht gewonnen! Die Leute, die an den Trucker zu nemen. Und was ich mal? Ich hätte lieber auf den Bezug auf ihn. Haines rief aus hierher und andere Gruppe diese Leute suchen dir in unserem Trapp. Momentan, wir sind nicht in der Position zu lassen, mein nur Freund im Büro zu werden, in der Strache zu zerstören. so ist so gut auch scheiße man das funktioniert es wäre auch zu einfach gewesen einfach runter zu springen das ist aber noch einer ja Aber, so... Aber, aber, aber... So... Boom! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Wer ist das? Welche Partie war der denn? Ja, ich bin ja schon da! Oh, 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 oh! Von wo? Nein! Scheiße! Mann! Ist doch doof. Das ist doch doof. Oh! Heslich! 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 Langweilig! Merch mich! Heslich! 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 Oh, ja! Das wusste ich doch. Ich hab grad noch gesehen. So. Gott, nein. So, alle erledigt. Lauf bitte weiter. Ja, weil er läuft weiter. Wie hast du in diesen Pekkel getroffen? So. Hups. Ich sollte zu Dave kommen. Okay. So. Oh. Oh, 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 oh. Hallo. Okay. Oh, nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da. Warte. Wir nehmen mal schwere Rankenschütze, ne? Komm. 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 Und, komm. So. So. Jetzt geht's mir schon mal besser. Mike, bevor du zuhörst, wir brauchen eine Gespräche. Also, Gespräche! Nicht hier! Miete mich hinter der Pohnschop in Morningwood. So. Aber... Einander. Oh, Leute! Ich dachte, ich könnte ihn einfach zu töten. Ui! Kopf hoch raus! Geil! härtere ein bisschen nachladen. Nice. Und bumm. So. Jetzt können wir ja. Nochmal. Oh, er ist auf einmal schwarz. Oh nein. Äh, auf einmal blau, grau, silber. Blau. Silber, mein blauen Schmuck. Alter, der dreht sich die ganze Zeit. Wat ein Scheißwagen. Oh, shit. Das ist voll schwierig mit dem Wagen, Alter. Nach Morning Wars. Loy, 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 loy. Alles klar. Alles genau. Ich hab' mir auch gefahren. Ha. Ah, das ist total Bullshit. So. Also gib mir, bitte, ja, nein, das hier. Nein, Christoph! Verdammt! Wohin? Hierhin? Okay. Bin da. Ich habe dich live, Mikey-Boy. Ich meine, du weißt, zumindest für jetzt. Unless, natürlich, du hast eine andere Überraschung für mich. Huh? Vielleicht etwas zu tun mit einer anderen Unabhängigkeit? Ja, das war nicht genau für Dave. Nein, nein, nein. Er ist nur ein Freund der eine Verkaufung der Regierung verraten, die sich um seine Karriere zu verraten, mit einem ungewöhnlich verraten und vollen mit einer blöden Blöden mit einer blöden Lohren-Hood. Hör, Trevor. Ich habe mich... 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 Ich habe mich auf die Seite, oder dass du... und immer wird ein Verkaufung der nicht wertvolles werdet, der sich unterhalten. Ja, was für die Böden du bist gekommen bist? Oh, du kennst dich warum. Oh, nein, nein, nein. Eine letzte Anzahl. Mhm. Und wenn es gut geht, dann, was ich? Ich muss nicht ein bisschen Böden in deine Hände. Aber wenn es gut geht, dann ist das okay auch. Weil dann, du und ich gehen in die Hölle. Und ich habe die ganze Zeit mit dir verraten, mit dir verraten. Ja, ich glaube, es geht dann. Ja, ich glaube, es geht. Calle Lester. Los geht's. Auf dem Telefon. Hey, das ist ich. Ich weiß, wie geht's. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. In der Fall, er hat meine Hände gehalten. Oh, wir sind alle Freunde jetzt. Ich denke, die Gruppe hugst aus der Frage? Er will, uh, noch mal weitergehen, zur Final-Viktorie Tour. All right. When it looks like it's a go, I'll contact you. And remember this, gentlemen. If we pull this off, we will be making history. Sordid, nasty, depraved history. But history, nonetheless. All right. There. You happy? Fuckin' thrilled. Don't forget it, amigo. Keep my eye on you. Yeah. Mal hin, ne? Also langsam... Ist alles ein bisschen komisch. Und jetzt müssen wir da einfach mal hin. Weil wir haben natürlich Probleme. Die müssen... ...gelöst werden. Ist doch klar. Woah. Und... So. Hallo. Hi. I see you back around and making time for your mental health. I don't know why I came. Mmm. What do you want, Michael? I don't know. Just... I just want... I want something that isn't this. You know? Just caring about two things at once. I want to be a good dad. Ich liebe meine Familie, lebe den Traum. Aber gleichzeitig... Ich möchte das andere Sachen, auch. Ich denke, dass du wirklich nicht das Gefühl hast, dass, indem du deine Therapie verabschiedst, du hast diese Verlapse verabschieden. Nein, ich habe das nicht gedacht. Also, Freund, was ist die Sorge der Konflikt dieser Zeit? Die Dinge sind auf der Aufstieg, Doc. Es gibt keine größere Worte als Optimismus. Wo sind wir? Ah, es ist schwer zu halten, wer möchte mich in einem bestimmten Moment zu töten. Trevor immer möchte meine Leber essen. Aber wir spielen gut, weil wir ein Job zusammenarbeiten. Die FIB... sie wollen mich verabschieden. Ah, weil ich sie nicht mehr benötige. Ein Investor, der mich mit dem Studio ist, weil ich ihn nicht verabschiede habe. Aber... die Frau und die Kinder sind hinter der Runde. Also... vielleicht sind die Dinge gut. Ja, die Familie ist wichtig, Michael. aber... sicher, dass du sie da bist, für die richtige Gründe. Etwas anderes, Freund? Tell mich. Tell mich. Ich bin gut, Doc. Und... manchmal bin ich ein Manniak. Ich bin zwei andere Leute. Und ich mag nicht die einen. Ich glaube, dass die Schwierigkeit die Schwierigkeit verabschieden sind. Du bist verabschied. Ich bin ein Manniak. Es war ein Manniak, Doc. Ich bin immer ein guter Manni. Hmm... Was anderes? Was... was... sexuell? Na ja... Ich bin ein guter Manni. Ich mache reale Progresse, Doc. Wir machen reale Progresse, Michael. Du hast endlich gehört mir. Großartig. Großartig. Es ist so, wie es ist in ein paar Bereichen und nicht in anderen. Das ist... unglaublich. Ich glaube, ich habe nie gehört von so einer Barrage von Denial, Selbstjustifizierung und... Verrückung. Das ist, Michael. Hier, können wir kurz eine kurze Bildung zusammen? Cheese... Was ist das? Ich glaube, dass ich nicht mehr Das ist... Ich liebe dich. Okay, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist gut. Das ist nichts. Es ist einfach... Ich denke, dass du eine neue Therapistin brauchst. Und... Ich lege die Stadt. Ich habe ein TV-Show. Ich werde mich bekannt. Ich werde mich bekannt. Ich werde mich bekannt. Ich denke, das ganze Gehle. All diese... Die... 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 Ich habe ein TV-Show. Du! 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 Bumm! helpful arran��! Watt ein Pisser. Er hat mich die ganze Zeit bitezogen. die ganze fucking Zeit. Und dann ist er noch nicht mal für ein Psychiater. so muss das ja es muss auch lektionen geben das kann nicht einfach allzu durchgehen das geht einfach nicht das geht einfach nicht so was haben wir hier noch wir haben franklin franklin frank so was macht der denn gerade putzt sein ding sein motorrad und andere dürfen wir ja nicht hören